Immer einen Schritt voraus. Die K&M Installationen AG ist seit über zehn Jahren ihren Kunden ein vernässlicher und kompetenter Partner. Wir übernehmen Dienstleistungen wie Consulting, Engineering, Projektleitung, Realisierung, Service und Betrieb von Gebäudesystemen sowie Telekom-Infrastrukturanlagen. Unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten optimieren wir die Abläufe bestehender Systeme. Innovative Lösungen sind für uns selbstverständlich. Hieraus resultiert hohe Professionalität, Erfahrung und das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis. Die dezentrale Struktur unserer Unternehmergruppe erfordert von allen Mitarbeitenden unternehmerisches Denken, verantwortungsbewusstes Arbeiten, Ehrlichkeit, Offenheit, Effizienz, Flexibilität, Ehrgeiz und die Bereitschaft, teamorientiert zu arbeiten. Der langfristige Erfolg steht bei allem, was wir tun, immer im Vordergrund. Denn Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg. Es ist unser Ziel, unseren Mitarbeitenden Rahmenbedingungen zu bieten, die zu persönlicher Zufriedenheit führen und ein Klima von Vertrauen und gegenseitigem Respekt schaffen. Bei uns steht der Mensch immer im Mittelpunkt. Mit viel Freude, Einsatzbereitschaft, Erfahrung und großem Fachwissen erbringen wir täglich Höchstleistungen für unsere Kunden. Die K&M Installationen AG bringt Licht ins Dunkel. Also nutzen Sie Ihren Vorsprung durch K&M. . Wir fahrenbefuß ær,cja K&M. . Vielen Dank.